hallo die willkommen zu einem neuen let's play and talk meiner lords hier auf janex loaded schön dass ihr wieder eingeschaltet habt und ja wir haben in der letzten folge den handelsposten gebaut wir können ihn noch nicht benutzen weil zum einen haben wir noch nichts im handeln also nicht großartige überschüsse mit denen wir handeln könnten und zum anderen haben wir auch gar nicht genug die region von glücklich was soll ich sagen also wir können schon handelsrouten herstellen kann ich eben zeigen so wie hier kostet zehn regions vermögen aber es bringt nichts wir haben halt nichts was wir irgendwie großartig verkaufen können und zum kaufen fehlt uns das geld also dazu haben wir hier unser erstes feld gebaut haben aber da noch niemanden drin weil ja ansonsten läuft eigentlich alles normal relativ hier die jagd hätte aber dann sind die auch gleich fertig das heißt ich könnte den und da abziehen und das bauernhaus packen steinmetzlager ist ja also nicht wird die heißt steinbruch ist ja jetzt schon abgebaut so wir nähern uns jetzt hier doch dem eisen vorkommen an gut hier haben wir neues neue rufstätte gebaut haben noch platz für eine familie aber ja wir können halt einfach wir können halt auch noch nicht viel mit anfangen wir können hier nur karotten bauen aber dann haben wir auch so gut dann haben wir noch weniger jungen hier noch nichts verfügbar ist natürlich schade ja ihr merkt wenn ich halt gerade ein bisschen ja wie soll ich sagen grad los wenn aber die zeit schon mal laufen lassen ganz normal ganz normaler geschwindigkeit wie wir jetzt weiter verfahren so hier nochmal gucken also bauhals habe ich einen ganzen batzen so werkzeuge brauche ich demnächst das heißt wir brauchen reisen nicht zu wenig leute und das ist wirklich voll ab vom pad das ist ja wirklich richtig weit ab vom pad brauchen wir ewig dahin aber wir brauchen halt eisen für das werkzeug deswegen nützt nix ok 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 so was braucht er dafür nein nein hm 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 gut und die lehmgrube müssen wir auch noch bauen was das alles alles nicht so einfach jetzt halt ein bisschen schneller laufen so ich wollte ja das lager so ausbauen so dann haben wir jetzt wieder zwei familien die hier mitmachen können die hier mitmachen können die hier mitmachen können dann ja 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 16 bürgen warum werden die nicht abgeholt wenn das mal jemand sagen den fleisch das fleisch Ah, jetzt. So, wo geht ihr denn mit hin? Wo geht ihr denn ins Lager? Aber schau. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist 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 gut. gut. Das ist gut. gut. Das ist 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 gut. Ich war nie super. Ich habe es zu packen. Ich musste Macronova zuwagen bringen. Das ist gut. Dann war's zu kommen. was ist denn das immer ja ich habe aber ja auch nichts was ich verkaufen kann in der terriere ich mir dann auch nisch das ist nicht gut das wirklich nicht gut so entwicklung was geht es mir weiter dünner und bäckereien ich habe mir das frei sehr gut Okay. ja ich brauche ein neues haus so was ein scheiß wetter ein markplatz hier wo ich auch mal ein hei morning wir sind Jo. Ja, ja, ja. Ups, schon wieder ein Leben? Ich verstehe es nicht, ey. Ja. Na gut. Ja, ich weiß. Die hilft nicht in die Irmung. Ah ja. Ich vers Wo. Ja. Das ist gleich fertig, sehr gut. Das werde ich aber auch gleich ausbauen. So. Ach, die Gehäste ist ein Stempfang, okay. Da rennst du. Ach, du willst mich verarschen. Das war immer noch. Langs. Ja, mein Geld kommt hier rein und ein Schatz kam, logischerweise. Deswegen bin ich das letzte Mal ein bisschen verwirrt. Da habe ich jetzt schon 20 Goldstücke. Regierungsvermögen habe ich halt nur 25. Das heißt, wenn ich mir einen zweiten Boxen hole, dann ist er schon fast weg. Come on, Feast your eyes and I'll find selection. So, up, 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 up. Oh, hey, hey. Gut, er legt mich doch in den Füßen an. Ich glaube, er wird das letzte Eisen noch. Un-fucking-fassend. Ich habe 98 Kriegsbögen. Ich habe 98 Kriegsbögen. da habe ich aber nicht genug ja schön ist das nicht da könnte ich vielleicht ein paar tipps gebrauchen von etwas erfahrenerinnen spielern die mir eventuell ein paar tipps geben können sehr helfen jetzt könnte natürlich die dorf schon wieder bauen werde ich auch gleich müssen aber ich habe einfach niemanden keine freien familien so ich brauche einen rennofen der eisenerzeichen barrenmann so und das problem ist die bringen das ja oder holen die sich das dann von da so 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 ja wenn ich jetzt weniger schön ist dass das fältige zeit brav nicht wieso haben die denn gar nichts mehr was ist denn hier los ich glaube ich muss einen zweiten Schlager ausbauen so wie sieht es denn mit 30 baum so 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 Und warum liegt hier der blöde Baum um? Wo ich hier noch nicht entlastet hab. Na gut, kann man nix machen, ne? Aber gut, wenigstens noch ich jetzt... Sehr gut. So ist das mit der Transport... Boing! Auch ein bisschen besser. Sehr gut. So, Udeo das Eisennetz. Na gut. Ja und die kriegt da auch Eiswahl raus, das bringt ja eh nix. So. 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 Und. So. So. läuft jetzt ja wahrscheinlich ein bisschen besser mit dem transport 117 bürger nicht schon und kann leider nichts davon verkaufen nicht dann ja auch nichts anderes erstellen na gut aber nichts machen alles klar gut dann würde ich auch sagen sind wir am ende dieser folge haben wir gut rumgekriegt ja wir haben jetzt unsere reisenmine bauen gerade den rennofen wir mal ein bisschen weiterkommen hier gut ich danke fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja das doch blenden nach oben da ein abo wäre heiß teil das video wenn ihr möchtet und wir sehen uns dann das nächste mal wieder bis dann alles gute bleibt gesund bleibt sicher bei der toby